Was mich so stört und was viele so stört, ist, dass wir hier Vertretern von Parteien gegenüber sitzen, die als es um eine faire Erbschaftssteuer gegangen ist für Millionenerben gesagt haben, nein, denen darf man ja, die darf man nicht zur Finanzierung der Gemeinschaft stellen. Aber auf der anderen Seite, bei den Arbeitslosen sagt man ja, gar kein Problem, zack, mit einem Federstrich, gebt alles her, was ihr habt.